hallo und willkommen ich bin amk3 wie ihr seht ist es natürlich mal zeit für warframe und heute trete ich ein ganz neues segment mal bei mir los was ich noch nicht genau weiß wie es nennen werde aber werden uns hier ausschließlich um eine waffe kümmern und wie man sie vielleicht gut mit mods versehen kann also rund um die waffe werden wir uns heute kümmern nämlich der ak plasmor wo ich sage das ist eine sehr 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 knuffige waffe und wir werden nach uns mal ein paar sachen angucken was man mit der so alles anstellen kann wo man die herkriegt und welche modung ich jetzt persönlich da gerne drin sehe gut im zweiten teil des videos gibt es noch tatsächlich noch eine kleinigkeit gerade zum thema von dem segment wie man es in besten zukunft mal nennen weil ich habe keine ahnung wie ich es nennen wollte weil waffencheck wollte ich jetzt nicht nennen ich hatte an arsenal check oder sowas gedacht wie gesagt wenn eine gute idee hat immer raus damit immer raus damit der kann einer kann auf jeden fall was schönes dafür auch gewinnen man könnte es glüh finden aber davon mal abgesehen ja da gehen wir aber im zweiten teil des videos ein bisschen genauer ein ich werde auch dann sagen wann das zweite teil des videos anfängt weil er wird schon ein paar andere sachen ansprechen jetzt können wir uns mal erstmal ausschließlich um die ak plasmor sehen wir uns zuerst an wo wir diese großartige waffe herkriegen es ist handelt es hierbei um ein schrotgewehr aus dem hause corpus und ihr könnt das ding entweder vom markt für 190 platinum kaufen was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen wollen würde aber generell waffen kaufen spiel halte ich gegen platinum nicht sonderlich viel von sondern in dem fall würde ich tatsächlich vorschlagen geht in den clan dojo eures jeweiligen vertrauens und holt euch dort die pläne sofern eben die ak plasmor dort eben energielabor geforscht wurde ansonsten kopiert euch das ding da auf den plan und baut dieses schmuckstück einfach mal so jetzt ist modi war für herkommt und bevor wir uns die modlung ansehen vielleicht noch zwei drei sachen die jetzt nicht unbedingt auf der liste neben aufgeführt worden sind nämlich von den stats her diese waffe schießt nicht wie normale schrotgewehre mehrere projektile ab sondern schießt wenn man so will eine energieladung ab so eine energiewelle die sich durch gegner durchbewegen kann und alle dabei trifft was ziemlich ziemlich fett ist und dieser durchschlag von gegnern soll angeblich bis zu zwei metern sein für mich sah es zwar so aus dass das ding fast unendlich viele gegner durchschlagen kann aber wie dem muss sein so und jetzt von den anderen werten hier die wir noch auf der liste haben wir brauchen tatsächlich dafür meisterschaftsstufe 10 wir haben eine akkuren sie von 9,1 was jetzt im ersten moment sich nach ziemlich wenig anhört und das ist es auch wir können das tatsächlich mit diversen mods noch weiter reduzieren und dann wird es langsam unangenehm aber generell beim ernst wir schießen mit einer waffe die einen ziemlich großen teilbereich abdecken kann deswegen ist es fast egal eine krit chance haben wir von 22 prozent aber leider nun krit multiplier von 1,6 das heißt man worten diese waffe ist vom krit verhalten her ein bisschen schlechter als der durchschnittswaffen wert der mannerweise da hätten dann fall off da wurde ich endlich mal vom wiki aufgeklärt dass wir tatsächlich bis zehn meter den maximalen schaden machen damit das ist schon mal gut bis 20 meter fällt der schaden leider bis auf oder bis um muss man sagen wird reduziert um 83,3 prozent waren ja und das ist ziemlich extrem die waffe schießt aber maximal auf 30 meter tatsächlich deshalb von 20 meter nach 30 metern machen wir tatsächlich nur noch ein bisschen weniger als 20 prozent des schadens der waffe was ziemlich schade ist feuerrat ist auch nicht besonders knusprig weil 1,1 ist ja gut das ding schießt bisschen schneller als 1 pro sekunde nicht besonders toll magazin größe 6 ist auch nicht besonders viel nachlade geschwindigkeit ist auch 2,8 das ziemlich langsam aber immerhin noch eine status chance von 28 prozent immerhin natürlich der radioaktive schaden von 600 reißt diese waffe tatsächlich ein bisschen wieder zurück aus dem bereich dass die waffe vielleicht käse sei und muss sagen vielleicht so viel zu spoilern ich für die waffe ziemlich toll so jetzt habe ich mal rüber gewechselt zum simulacrum und bevor wir uns jetzt die jeweiligen moddung ansehen die ich mal vorbereitet habe vielleicht noch kurz der hinweis warum ich jetzt die farben gerade gewählt habe dadurch dass wir im simulacrum leider so eine art bläulichen hintergrund haben und die waffe standardmäßig eher einen bläulichen schuss hat wollte ich das ein bisschen eindeutiger machen deswegen habe ich jetzt hier dieses farbschema darauf gekleistert und ja im effekt weiß zweimal schwarz und goldfarben jawohl so jetzt habe ich mal auch zu den mods rüber gewechselt weil die moddung ist ja der hauptaugenmerk dieses videos und vor allem was hat für den effekt danach haben wird eben auf unsere gegnernehmer beschießen generell habe ich jetzt mal drei verschiedene moddung vorbereitet wobei eine nicht unbedingt hundertprozentig funktioniert aber da werdet ihr gleich noch sehen generell meine überlegung an waffen ist immer was möchte ich mit der waffe machen in der regel leute abmurksen aber ich meine jetzt der punkt ist was macht die waffe generell aus und was möchte ich jetzt noch pushen an stats her oder welche nachteile von der waffe möchte ich vielleicht ein bisschen minimieren und deswegen fangen wir erstmal vorne an natürlich habe ich sagen reingetan damit wäre es mit den basis schaden der waffe erhöhen denn dadurch dass wir keinen physischen schaden mit der waffe machen können muss natürlich elementmots danach reinschmeißen um eben noch ein bonusschaden mit irgendwie zu erzielen deswegen habe ich als erstes rein natürlich prime point blank oder auch prime aus nächster nähe weil wir 165 prozent bonus basis schaden kriegen das ist schon mal in meinen augen pflicht mod für alle schrot gehörer die aua machen wollen dann als nächstes natürlich könnt ihr auch den normalen nicht prime mod da reinschmeißen aber mein gott wenn ihr den irgendwo rumfliegen haben solltet rein damit als nächstes reingetan blaze oder auch stichflamme eben für 60 prozent wieder bonus basis schaden aber auch 60 prozent bonus hitze schaden und gerade im zusammenhang weil das nachladen der waffe nicht besonders schnell war habe ich mir gedacht da müssen wir was rein tun dafür deswegen ist jetzt hier drin chilling reload oder auch klärendes nachladen 60 prozent bonus kälte schaden dem falle und 40 prozent bonus nachlade geschwindigkeit das ist wirklich gar nicht mal so uninteressant weil die waffe aber auch relativ langsam schießt wollte ich unbedingt noch was reintun damit die waffe halt schneller feuert logischerweise deswegen habe ich shotguns bass oder auch wie war das schrot fanatiker reingetan weil 90 prozent schneller schießen das merkt man deutlich und das will man wenn man es erst mal sich daran gewöhnt hat auch nicht mehr raus tun und bevor uns jetzt auf die element mods uns einschießen natürlich habe ich auch hells chamber oder auch höllenkammer reingetan weil 120 prozent bonus multishot ist einfach mal schweinegeil mehr oder weniger einfach mal ein schuss garantiert mehr und noch eine 20 prozent chance sogar ein dritter schuss teilweise noch mit dabei ist deswegen daumen hoch ziemlich fettes ding und jetzt kommen endlich zu den elementar mods nämlich shell schock 60 prozent bonus elektrischer schaden und 60 prozent bonus status chance und zu den mods geben kein status chance bonus mehr verleihen aber trotzdem in meinen augen relativ gut sind weil sie einfach den bonus schaden mit mitbringen nämlich in serie code oder auch feuerbeschichtung 90 prozent bonus hitze schaden für schrotgewehre ja und contagious spread oder auch infektiöse ausbreitung wegen 90 prozent bonus toxin schaden und ja so nachdem ich erklärt habe was ich für mods rein getan habe und auch teilweise warum wir kriegen dadurch ungefähr 13.000 radioaktiven schaden raus und im viral schaden von ein bisschen mehr als 6000 wir kamen auch angeblich eine status chance von 72,9 allerdings reden wir hier von einem schrotgewehr und schrotgewehr kann man immer sagen diese angabe hier oben ist deutlich niedriger als was da steht es sei denn wir schaffen die 100 prozent markt so hinzukriegen aber da zeige ich gleich noch was zu weil da habe ich extra mich ein bild vorbereitet und erklärt auch genau warum dass sich sachen verhalten aber generell diese zahl stimmt nicht unbedingt ist es sehr wahrscheinlich sehr sehr viel weniger gerade weil dem helz chamber oder auch dem höllenkammer wenn ich die mal so nicht raus mache seht ihr so vor dass wir eigentlich bei jedem schuss momentan nämlich nur den 44 prozent schaden sie und wie gesagt bei schrotgewehren generell wir können noch mal ein paar prozent locker flockig abziehen gehen dafür so jetzt habt ihr gesehen weil ich reingetan habe jetzt wollen wir natürlich auch gucken was passiert wenn ich die waffe auf gegner benutze ganz einfach die werden ziemlich ziemlich dafür bezahlen hier habe ich jetzt mal ein paar level 20 und 10 gestellt am besten so vier stück hintereinander und schieße einfach ganz dezent mal dem sozusagen torso mitte center einfach mit dem schuss mal hin und wie ihr schon seht wir durchschlagen das komplette gegner quartett möchte ich beinahe sagen und die sind sofort alle hinüber wir können ein bisschen schräg schießen hier wir nämlich seht ist ein relativ breiter schuss und er schlägt die gegner und löst die in der regel sofort auf das auch ein spezialeffekt der waffe und übrigens ein sondereffekt der auch noch hierbei drin ist immer wir tun automatisch immer ein einschlags prog dabei haben auch wenn diese waffe überhaupt kein einschlag schaden machen kann wir haben den prog das heißt man alle gegner werden kurz zurückgeschleudert so ein bisschen als ob sie vom boxer eine kassiert haben aber das war mein erster bild den ich mir überlegt habe und der ist okay nichts tolles würde ich einfach mal sagen denn sobald die gegner ein paar level mehr haben ist zwar immer noch der radioaktive effekt sehr toll der veraleffekt der zwischendurch auftaucht ist immer noch nicht schlecht aber beim ernst es gibt ein paar bilds hiervon die deutlich besser reinhauen auch wenn das hier gegen greniers nicht unbedingt schlecht ist zumindest wenn sie nicht zu viel level haben so jetzt werden wir zum zweiten moddung auch mal aufgeschlagen und ja ich wollte unbedingt herausfinden bei diesem experimental bild ob es schaffen kann echte 100 prozent sozusagen status chance hinzukriegen das heißt man alle unsere elementareffekte würden auf jeden fall auf jedes getroffene ziel sagen sich auswirken wir sagen und gibt es damit also auch einen falschen sozusagen 100 prozent status effekt chance ja die gibt es nämlich wenn ihr zum beispiel unten so sachen rein tut eben wie hells chamber oder höllenkammer weil das nämlich multishot ist und multishot heißt ja einfach nur dass ihr quasi mehr projektile synchron raushaut wenn ihr schießt und das ist eben nicht das gleiche ihr würdet zwar auch hier oben 100 prozent stehen haben als heißt morgen nicht dass jeder einzelne schuss der rauskommt eben die 100 prozent chance hat sondern diese mehrfach schüsse die rauskommen zusammen gesteckt eben die 100 prozent ergeben ja wie gesagt ist nicht das gleiche und bei schrotgewehren generell ist das eben sehr trickreiche sache weil die status chance hier steht nur dann relevant wird wenn die eben echte 100 prozent sind gerade wenn ihr bei der waffe glücklicherweise nicht unbedingt so extrem aber wenn jetzt schrotgewehr haben solltet eben die ich sag jetzt mal 20 pellets haben also wie man so sagen würde vielleicht um vögel zu jagen also richtig viele geschosse vorne rausjagt das schrotgewehr wenn man jetzt 100 prozent echte status chance hat dann würde tatsächlich jedes einzelne dieser pellets 100 prozent status chance haben solltet ihr nur 99 prozent chance haben die hier so steht sind es plötzlich sehr sehr viel weniger dann haben wir nämlich bisschen um den dreh von 20 prozent nur noch pro einzelnen pellet von diesem schuss den ihr rausjagt wo eine status chance dran ist warum das auch immer so ist aber wie dem auch immer sei die echte status chance war jetzt das was ich anstreben wollte und natürlich wollte ein bisschen schaden machen nebenbei und deswegen habe ich natürlich wie immer prime point blank für 165 prozent bonus basisschaden ich glaube ich die zahlen lasse jetzt mal weg aber prime point blank oder aus nächster nähe prime und auch stichfarmer oder auch blaze natürlich wie wieder basisschaden dann habe ich natürlich die alle mods eigentlich reingetan nehmen bonus auf status in irgendeiner form geben zum beispiel frigid blast oder auch kalte sprengung eben 60 prozent bonus kälte schaden unterhalt der status chancen bonus wieder von 6 prozent dann hätte ich toxin bearage reingetan oder auch giftige flut 60 prozent bonus gift schaden und nochmal 6 prozent status dann schockhülse oder shell schock eben 60 prozent elektrischer schaden 60 prozent bonus status wieder dann scattering inferno oder auch zerstreuendes inferno 6 prozent bonus hitze schaden und status und dann shop ganz heavy oder auch verstand ich bin mir relativ sicher dass das nicht eine richtige übersetzung davon ist ich mein servia mit verstand macht hat sinn aber müsste es nicht dann schrotgewehr verstand heißen und nicht egal auf jeden fall das wert hat sich verstand weil wir nur mal 30 prozent bonus chance eben für schrotgewehr kriegen und mit diesen ganzen status mods zusammen kommen tatsächlich auf echte 100 prozent das einzige ich an dem bild noch reintun wollen würde natürlich müsste ich dafür anders ein bisschen vielleicht former verteilen aber ja ich will natürlich hier hier natürlich nicht diese polizeo reintun damit wenig extra bezahlen müssen und die hinten anstelle von dem in serie code oder auch feuerbeschichtung würde ich tatsächlich noch jetzt die hellschäme oder auch hellenkammer mit beischmeißen wollen weil wir haben die echte 100 prozent status also mehr schüsse mit beitagern die auch alle jeweils einzeln 100 prozent status chancen haben wer ziemlich geil deswegen würde ich den hinten rein tun wollen generell sehen wir aber schon so ein bisschen der schaden fehlt hier ein bisschen deutlich wenn wir haben zwar die status chancen jetzt da aber ja ich weiß nicht man kommt wirklich auf den wert relativ schlecht muss man ganz ehrlich sagen deswegen ist es eigentlich nur ein experimental bild muss man sagen so und da kommen wir zu der dritten skillung oder meinem persönlichen favoriten muss man ganz ehrlich sagen ich habe jetzt eigentlich alle mods schon vorgestellt deswegen überfliege ich sie auch nur ganz kurz ich habe natürlich für die beiden basis schaden mods hier mit reingetan jawohl ich habe den mod reingetan dass wir multishot drin haben ja auf jeden fall wir wollen schneller schießen immer noch immer noch und wir haben jetzt alles reingetan ansonsten die letzten ist eigentlich nur element mods die einfach sagen ja du machst mehr hitze schaden und gift mit ein bisschen status dabei und das gleiche nochmal richtig gift und nochmal richtig feuer schaden das bild wird sich wahrscheinlich aber deutlich ändern wenn wir endlich mal ein mod kriegen würden so ein primed elementar mods für schrot gewehre darauf war ich ehrlich gesagt neun ich bin gespannt was dann sein wird momentan aber ja für pistolen nur ein und für gewehre ein deswegen ich hoffe ihnen ständig ist für schrot endlich mal ein kriegen dann wird es womöglich noch ein bisschen anders aussehen aber ja so wird die sache jetzt am aussehen und wir machen einfach nur ein bisschen mehr als 15.000 gas schaden und am besten am besten am besten demonstriere ich einfach mal warum ich denke dass das momentan das beste seit geschnitten brot ist so ich setze jetzt die stufe extra mal für alle gegner die wir jetzt alle machen werden im spiel auf 150 jawohl sonst gehen wir zu schnell tot und wir schalten die ai aus damit sie uns nicht angreifen macht sinn und benutzen tatsächlich erstmal die anti moore die wir eben schon gesehen haben die war neben level 20 jetzt wie gesagt level 150 wie wir vielleicht oben an den balken deutsch erkennen kann generell haben sehr hochstufige korpus eben sehr wenig lebenspunkte aber verdammt viel schild das sollte man vielleicht ausnutzen gehen aber ja schließen erstmal mit dem ja tatsächlich mit dem radioaktiv bild hier drauf als das erste sozusagen was ich jetzt hier mit zusammen gebaut habe und wie ihr seht wir müssen uns wirklich durch den ganzen schild durch knuspern allerdings wir kriegen sogar mit der zeit noch tot es dauert trotzdem ein bisschen länger als gehofft ja aber es geht noch dadurch dass ich halt den fernadiger reingetan habe schießen wir deutlich schneller und wir können die gegner relativ schnell auseinander nehmen besonders toll ist es nicht aber es geht noch finde ich so wie ihr seht immer noch gegner stufe 150 machen das ganze spiel nochmal aber jetzt mit dem 100 prozent status chance aber der schadensart ist natürlich immer noch radioaktiv und eben viral und wir schießen leider auch ein bisschen langsamer wenn ihr seht auf hohen stufen ich habe zwar immer den status effekt drauf die typen würden sich wahrscheinlich auch gegenseitig die ganze zeit beschießen wollen was wir dann nicht darstellen können ohne dass ich dauerfeuer kassiere aber jetzt rein von dem beschuss den wir machen also zum gegner töten ich sage jetzt mal nee das dauert am ende des tages ein bisschen zu lang gott der ist immer noch nicht tot meine fresse aber natürlich werde jetzt sagen moment mal du hast da jetzt radioaktiven schaden und viral schaden reingetan da gibt es doch bessere sachen natürlich habt ihr vollkommen recht gerade bei dem status bild und wir haben ja immerhin alle element modes hier drin vereint können wir natürlich ein bisschen was daran drehen zum beispiel könnte man ganz trocken hier etwas sagen schwuppdiwupp ein bisschen was drin drehen schon haben wir gas und magnetischen schaden oder wenn wir völlig im rad drehen wollen kann man so sachen sagen wie blast und korrosiv schaden was übrigens auch nicht unbedingt schlecht gegen gerade robber da wäre aber lasst uns mal ruhig bei dem bei lasst uns mal kurz beides gucken dann sehen wir wie jetzt was der unterschied hier ausmacht so wie gehabt also level 150 aber diesmal mit blast und korrosiv ja wir schmeiß aufgeben auf jeden fall die gegner immer brav auf den boden weil eben der blast schaden das ja ausführt und da wir 100 prozent status chance haben funktioniert es auch tatenlos jedes mal und korrosiv natürlich tut permanent immer schön die rüstung weiter nach unten treten aus der hinsicht ist das nicht unbedingt uninteressant wenn man jetzt genug zeit tatsächlich um gegen das umzubringen natürlich wie wir schon feststellen die schussfolge ist jetzt nicht wahnsinnig hoch aber wir kommen wir kommen langsamer sicher denn was ich auch abmurksen können und beim ernst die gegner haben jetzt nicht wirklich viel zu lachen gehabt aber nur fürs protokoll machen wir natürlich jetzt auch magnetischen gas schaden auch mal auf die gegner natürlich haben wir ein bisschen immer radioaktiv auch dabei gehabt aber generell gucken muss das mal obwohl es jetzt schon eigentlich ein spoiler ist für das was danach kommt so wieder level 150 jawohl und diesmal mit eben gas und dem guten magnetischen schaden ja natürlich der schild wird jetzt super schein runter geknipselt und ja wir haben die andere seite schon ein bisschen mitgekillt aber da sehen wir gleich womöglich das noch ein bisschen besser aber sieh das ist schon eine von der geschwindigkeit schon eine ganz andere geschichte eben gerade wegen dem magnetischen und vor allem wegen gift schaden und deswegen übertreiben wir die sache auch mit dem extremen gas schaden jetzt so jetzt habe ich nochmal die morse hingepackt wieder von der level 150 und natürlich auch wieder acht stück allerdings mit einem unterschied ich habe jetzt diese modlung halt drinnen mit dem gas schaden und da sieht man was jetzt passiert wenn ich jetzt hier die waffe ich muss das gar nicht auf gegner halten ich kann das quasi schon mitten die gegner reinschießen weil dieser schuss ist relativ breit und der haut ziemlich rein jetzt wäre natürlich zu recht fragen was jetzt genau die sache hier ausgelöst hat und man konnte vielleicht auch ganz kurz noch sehen gerade weil nämlich ein paar ein bruchteil von einer sekunde länger stehen geblieben sind der punkt ist folgender jedes ziel was ich mit gas schaden beschließe hat eben eine chance eben um die status chance zu sprechen eben so hat gift wolke zu produzieren das heißt bei worten er selber kriegt zwar nur einmalig gas schaden allerdings alle ziele um ihn herum kriegen danach noch mal gift schaden ein teil von dem schaden den er als gas schaden eben gefressen hat für ein paar sekunden und der gag jetzt hierbei ist gift geht ja an schildern und panzerung vorbei und je mehr ziel ich eben mit der knarre treffe desto mehr ziele tun natürlich auch diese gift wolke sozusagen verbreiten und schon bringt man gruppen damit schneller um als man gucken kann das heißt worden alle corpus gegner wenn sie nicht gerade roboter sind wobei das waren gerade roboter level 150 und natürlich infizierte oder auch halt befall die werdet ihr wegrationalisieren wie die welt es noch nicht gesehen hat allerdings hat diese waffe dadurch wenn wir auch komplett auf gas gehen einen riesen nachteil und der nachteil wäre ganz einfach kommen damit nicht wirklich gut gegen grineers an weil deren fleisch sozusagen 50 prozent resistent ist gegen eben gas schaden und die panzerung natürlich den gas schaden stark reduziert und somit auch der gift schaden eben nicht nicht unbedingt toll verteilt wird und am besten ich zeig mal genau was ich damit meine so das wären jetzt 150 level bombards auch wieder acht stück und ich hab jetzt immer noch die gas knarre dabei und jetzt stellt euch vor ich baller jetzt wieder in die mitte und jetzt werde ich denken jetzt werde wieder kriegt alle oben ne tun sie nicht wir sind zwar sehr viele zahlen an die jungs aufsteigen aber die sind ziemlich gering wenn man es vielleicht eben mal ein zeitlupe hätte sehen können bei den moors ungefähr 2 3000 gewesen und hätte hier das ist 80 und wenn wir den lebenspunkt uns ansehen da chippen wir ziemlich langsam vor uns hin wir können natürlich dauerfeuer geben die bekloppte damit das richtig viele zahlen sind aber auch dann das brauchen ziemliche zeit bis die jungs endlich mal umfallen das ist unangenehm und wenn das hier eximus werden können wir uns einen wolf schießen auf die jungs hier habe ich nämlich schon ausprobiert deswegen gegen die hier mit gas ich würde sagen hat kann man fast knicken die idee allerdings mit radioaktivität würden sich halt gegenseitig beschießen machen damit noch ein bisschen schaden ich glaube bei den typen würde ich fast wieder sagen aber am besten ihr packt ein schwert aus oder eine peitsche die sehr viel verblutungsschaden machen und dann rationalisieren wir sie weg aber nicht unbedingt mit dem gerät hier so und weil ich es kann level 150 entzinteiler und man muss aufpassen dass ich nicht gleich durch den gift schaden die ganze zeit machen als aura nicht noch gekillt werde aber lasst uns mal hier mit gift schaden rein schießen mal gucken wie lange jetzt überleben von mir ja vier entzinteiler hat trotzdem geklappt würde ich mal sagen aber jetzt was wäre das fazit dieses ganzen probierens ganz einfach die status chancen geschichte würde ich tatsächlich empfehlen wollen wenn ihr gegen richtig hochstufig greeners kämpft weil hier die waffe egal was für eine skillung wir jetzt da raushauen werden am ende des tages wir kommen durch die große panzerung einfach nicht richtig durch und wenn ihr richtig lebenspunkte haben und richtig panzerung haben lohnt es sich beinahe schon eine waffe halt mitzunehmen die einfach radioaktivität eben auf die gegner macht damit sich gegenseitig beschließen und eben viral damit die lebenspunkte halbiert werden von den jungs deswegen dann macht das vielleicht sogar sinn und wenn ihr auch nur mit der knarre supporter seid die einfach sagt dann okay die geht dann bekämpfen sich gegenseitig die lebenspunkte halbiert und jetzt kann irgendein anderer halt mit verblutungseffekten oder anderen krassen sachen auf die einen rechnen damit sie schnell tot sind muss man sehen was man nimmt und wenn ihr gegen korpus oder auch den infizierten in der form kämpfen solltet dann empfehle ich das gas bild auf jeden fall sofern sogar noch mehr schaden machen wollt unbedingt was ihr machen könnt dann würde ich tatsächlich diesen den shotgun spaz also den schrot gewehr oder schrot von adi heraus schmeißen wenn ihr sagt nein das schnell schießen muss nicht unbedingt sein ihr könnt das austauschen tatsächlich durch was vollkommen anderes nämlich mit vicious spread oder auch bösartige streuung damit macht er nämlich plus 90 prozent bonus basis schaden allerdings tut ihr auch damit sozusagen mehr sträumen mit der knarre dadurch dass wir relativ breiten schuss haben ist das gar nicht so dramatisch allerdings sollte die gegner auf maximale reichweite beschießen könnt ihr euch darauf einstellen dass die schüsse nicht unbedingt mehr zusammen aufschlagen sondern quasi sich sehr verteilen aber ja das ist an sich auch eine coole idee weil wir damit natürlich noch sehr viel mehr gas schaden mitmachen können an der stelle allerdings wie ihr schon seht wir schießen sehr viel langsamer und die schüsse gehen teilweise irgendwo hin manchmal auch an schüsse und bereiche wo wir gar nicht hin wollen und ja es ist geschmackssache ich persönlich bin tatsächlich der fan davon einfach schneller zu schießen da hätte ich jetzt gerade niemanden mehr mitgetroffen so an dieser stelle möchte ich natürlich noch einen kleinen tipp rausjagen wenn ihr diese waffe wirklich schnell leveln wollt empfehle ich euch ein loki mit einem ganz bestimmten syndikats mod den er haben darf nämlich alle seine waffen werden nämlich jetzt lautlos und wobei natürlich könnte man auch sagen dass man die bench hierfür nehmen kann aber im ernst unsichtbar sein dabei was wir gleich vorhaben ist nicht unbedingt hinderlich nämlich wenn anfangen gegner hinterrücks abzumurksen um bonuserfahrung zu kriegen natürlich sollte ich immer gegner so die alleine stehen einfach abmurksen und wie ihr seht haben oben den zeiger nämlich in der ecke laufen von wegen ja du hast die nächsten drei sekunden 100 prozent bonuserfahrung läuft jetzt sollte natürlich anfangen weitere gegner zu finden die auch alle am besten alleine stehen oder zumindest trickreich zu zerlegen sind die dürfen sich halt nicht sehen wenn sie gegen sich erschossen werden jetzt aber 500 prozent bonus und höher kommen auch gar nicht der hat leider scheinbar oder die leiche gesehen mist jetzt brechen wir leider den vor den nachteil wieder obwohl wir jetzt an stealth skill angerechnet kriegen für den waffen oben läuft es leider nicht weiter aber die meisten anderen normalen gegner tun war so relativ gut wegrationalisieren das wird jetzt ein bisschen trickreicher weil der die nämlich fast anguckt bestinkauf gleicher höhe und dann läuft 300 prozent wieder 400 prozent unsichtbar bleiben ja man kann diese waffe unfassbar schnell leveln und ihr kommt womöglich durch diese ganze mission schnell durch als man gucken kann ausgezeichnet sage ich nur daumen mehr als hoch boah das geht unglaublich ab vor allem wenn ihr zwischendurch noch hier fokus sammeln wollt ist hier die waffe womöglich wirklich sehr gut dafür so an dieser stelle wäre auch tatsächlich der erste teil des videos zu ende nämlich das wäre jetzt alles was ich zu der plasmoa soweit gehen zu sagen hätte erst mal und ja jetzt beginnt der zweite teil also für leute die jetzt das nicht hören wollen dank ist für bei stand zu hören das mit dem k3 und bis die tage und schon würde ich mal sagen gut jetzt aber zum zweiten teil wie gesagt und zwar möchte ich gerne einen vorschlag von euch mal haben wie könnte ich so ein segment wo ich mich jetzt wirklich um waffen sehr explizit kümmere denn nennen ja das wäre jetzt mal eine sache wer auch immer einen guten vorschlag hat der kann hier auch mal wieder einen glyphen code für umsonst abstauben gehen ja und was war mal sonst noch am laufen ach ja dinge die auch noch passieren werden jetzt seht ihr ja schon vielleicht neben am augenwinkel der devstream 98 beginnt ja bald und ich bin dann sehr gespannt weil ich habe hier schon die ein oder andere e mail bekommen wo was drin stand dass ich die klappe halten soll deswegen werde ich es auch tun die klappe zu halten und ich hoffe dass die entwickler da einiges vom stapeln lassen sonst rutscht mir irgendwann noch was raus nicht dass ich nicht da mit ein bisschen schon erfahrung hätte mit solchen lustigen sachen verträgen die man schreiben muss aber generell freut euch mal darauf freut euch mal darauf dass das nächste der stream video und ja natürlich habe auch die leute gehört die sagten wie wäre es wenn du mal videos machst du den kurier hier zu diesen ich sage jetzt mal lore fragmenten den level versteckt sind auch das werde ich mir in absehbarer zeit auf jeden fall mal vornehmen und ja warframe check videos eigentlich wollte ich als nächstes den hydrod mir vornehmen aber dafür muss er aus der quarantäne wieder rauskommen momentan wächst ja leider wie ein pickel an seinem hals weil er wieder infiziert wurden ist oder wie ich nehme noch vorher einen anderen vor vielleicht nehme ich auch vorher wirklich noch einen anderen vor aber jetzt hätte das hier mit der waffe wollte ich unbedingt mal vorher schon ein bisschen breit getreten haben weil ich finde die 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 aka plasma einfach nur cool ich finde die absolut cool gerade die idee dass man jetzt wenn die waffe leise ist ja auch noch hüppelweise gegnern mit abmurksen kann nice ja und warum ich übrigens keine gaswaffe mitnehmen wollte vielleicht der hinweis wenn man gasgegner beschießt wie gesagt macht mehr gift schaden in der landschaft und wenn die ziele nicht sofort umfahren vom gift schaden dann werden die alarmiert und sofort würde man ja diesen ich sag mal combo natürlich breaken wie man so schön sagt und ja man kriegt eben nicht ständig diese 500 prozent bonus erfahrung die ich gerne ständig hätte deswegen habe ich gesagt okay gehen wir mit dem radioaktiv viral bild wieder da rein ja aber wisst ihr was das war es jetzt wirklich aber gewesen danke für beistand zu hören das war mit der drei und ich hoffe auf gute vorschläge denn wie gesagt gute vorschläge werden von mir auf jeden fall belohnt bis die tage und ciao